Leute, Alex musste schon wieder kotzen. Aber diesmal war es einfach der komischste Grund. Wir haben ein mega nices Video gemacht, in dem wir richtig verrücktes Next probieren. Und dann hat einfach Alex ein Käsechip probiert. Und ja, ihr wisst, was da passiert ist. Und Leute, das Ganze hat einen ganz komischen Grund. Alex mag einfach keinen Käse. Meine Bitte, Leute, Käse ist einfach das Geilste. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber Leute, wenn ihr wissen wollt, was da noch alles Ekeliges passiert ist, dann schaut jetzt das neue Fly House YouTube Video an.